die musik hat eher was von lego island das hat ja routine die werden dann anwachsen wenn ich die jetzt noch verputze das kann doch nicht sein dass diese musik in der höhle kommt naja wir haben den durchbruch und schon wieder vergessen die lager mit nach unten zu nehmen die baue ich mal alle ab hier ein Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber die anderen lasse ich dann auch noch ausbrennen, bevor ich da neue Kohle reinschütte. Und somit können wir auch die neuen, nein, ein Wein, Aua. Was ist das? Normales Gestein, da ist bei Granit. Halt, jetzt aber mal die Lager mitnehmen, bevor ich jetzt schon wieder nicht dran denke. Ich hatte 10 Lager gemacht. Damit wir, äh, da habe ich schon mal ein bisschen vorgesorgt, dass ich jetzt, ähm... Wenn ich, äh, stimmt, ich werde bald noch weiter reingraben müssen. Und dann... Ich wusste, irgendwas habe ich noch vergessen. Ich kann schon mal die ersten platzieren. Was mache ich jetzt einfach mal? Hä? Ich habe viel zu weit rein gemacht. Ich habe mich vermessen. Eins, zwei, drei, vier... Ah, hier passen ja noch welche rein. Nee, alles gut, dann kann ich ja noch mal zwei holen. Wenn das so ist... Na ja, muss ich jetzt da drauf legen. Ja, das war jetzt günstig. Ach, hier ist halt noch nicht alles weg. Zum Beispiel. Oh ja, wir müssen noch ein paar Mal hoch und runter. Ist ja, äh, ist nun mal so. Für die Schlacke müssen wir auch noch tausendmal hoch und runter. Aber wir haben schon mal alles Gneiss raus. Jetzt können wir die auch alles hier umwandeln. Wie viel kann ich draus machen? 28. Bei der Zeit muss ich was trinken. Zack. Alles umgewandelt. Und nun? 113 war... Nein? Oh. Viel zu viel. 63, ne? Oh. Da habe ich mich verrechnet. Ausnahmsweise mal. Entschuldigung. Hier passt auch schon weiter keine Schlacke mehr drauf. Ich muss mal den ganzen Gneiss scheiß da umräumen. Hier ist ja noch eine Schlacke. Kriegst du ver? Sie verreicht. Was ist das? Das war das. Was ist das? Was ist das? �� specifications? Ach, warte mal, wir können eigentlich schon eine Ladung mitnehmen. Was für Kacke. Haben wir alle? Haben wir alle, jo. Gut, wir müssen jetzt nicht so oft hoch und runter rennen, wie gedacht, aber oft genug. Mal gucken, was dann hier passiert, wenn ich da. Ein Granitziegel. Müsste ich die verwenden für Granit, also in Doktorenheim, weil es scheinbar das Dunkelste vorhanden ist. Aber nicht jetzt. Was mache ich da eigentlich die ganze Zeit, sag mal. Ich muss drüben hin. Basaltbeton. Ach, toll. Ich will lieber Basaltsiegel haben. Was für Kacke. So, das kann ich jetzt mal vor sich hin machen. Wir lagern um. Hi, hi. Nein. Hi, hi. Nein. Wir müssen ja nicht noch mehr die Welt vergiften, wa? Als ohnehin schon. Nein. Nein. Das ist schon krass, was wir ein Opfer fordern. Was wir für ein Opfer vollbringen. Schon. Wir müssen ja nicht noch die Momente noch machen. Vielen Dank. Wieso glaube ich, dass da jetzt hier was beginnt? Vor allem, ich kann das ja erstmal da unten lagern. Und dann, wenn der Crusher kommt, kommt das wieder hier oben hin. Oder wo stelle ich den Crusher auf? Wir werden es bald herausfinden. Nee, halt, wenn schon richtig, dann erstmal da hin. Dann muss ich mich gerade am Bein kratzen, deswegen hatte ich die Kamera nicht so verstellt. Opa. Auf die Laufnung. Auf die Hoffnung, das Land erholt sich. Okay. 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 Das war aber eine Verzögerung. Ich sollte mir gleich ein Fleisch ins Gesicht schlagen. Ähm, hallo? Okay. 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 Einsteinauftrag. Und jetzt das andere. Das dauert noch mal eine halbe Stunde. Fast. Hä, war es das schon? Da kann man jetzt nicht schon fertig sein. Ich wollte es schon sagen. Hallo. Ja, ich wollte es schon sagen. Darauf gehen jetzt noch ein paar Schlacke hier drauf. Da zum Beispiel. Kommt direkt mit. Das sieht gerade nur so komisch aus, als würde es schon anfangen. Die Verderbnis. Ich müsste da eigentlich jetzt weiterbauen. Weil das sieht nachher aus, was kommt. Andererseits, das habe ich gesagt, wollen wir machen. Und schon mal Grund für den Turm ausheben. Er erzittert schon. Dich nehme ich. Nicht wundern. Weizen habe ich vielleicht abgebaut. Abgemäht und wieder neue gemacht. Neue gepflanzt. Jan, ich möchte. Okay. Also, wie dok became.